Yo, Leute! Manchmal sind die Sachen Minecraft und manchmal eben nicht. Das, meine Damen und Herren, verspricht das heutige Video, was wir uns heute gemeinsam ansehen werden, denn es wird nämlich Zeit für Minecraft Diamonds in Real Life, Ausrufezeichen, Minecraft vs. Real Life Animation. Nice! Und hier sehen wir auch schon das Bild von Minecraft, deswegen, wir schnacken nicht zu viel, wir schauen direkt rein. Go! So, Minecraft vs. Real Life von Dan, unserem Lieblingsfreund. Okay, Climber, also klettern in Minecraft. Richtig easy Sache. Ganz e... Oh, oh, da oben ist einfach Herobrine. Was macht der da? Okay, sieht noch glatt aus. Alles gut. Oh! Junge, guck dir das an, wie der im Real Life einfach klettert. Krank. Der hat sogar so Kletterschuhe an. Seht ihr das? Oh, nein! Delfine in Minecraft. Okay. Oh, Junge, Delfine in Minecraft sind so lässig. Die spielen einfach die ganze Zeit mit den Spielzeugen, gell? Äh, beziehungsweise mit den Sachen, die im Wasser liegen. Und im Real Life. Yo, was? Alter, schaut euch das mal an. Yo, yo, yo. Niemals! Die Delfine haben die nach oben geworfen. Krank. Brühen in Minecraft. Oh, okay. Ganz easy. Ein paar Tränke brühen. Mal gucken. Oh. Was? Warum? Warum ist es explodiert? Oh, Real Life. Oh, nein. Oh, Junge. Das ist halt echt Chemie in Real Life. Das Dings Cola Mentos ist es einfach. Bowling. Okay. In Minecraft. Okay. Schauen wir uns das mal an. Da nimmt er sich einen schönen Bowling Ball. Alter, richtig cool, die Karte. Oh, kann er den einfach schmeißen. Junge, krass. Ich hab die Map hier noch nie gespielt. Alter, sogar mit Animation. Wow. Alter. Und in Real Life. Alle, hopp. Oh, Junge. Holt er sich die letzten zwei Pins oder sie? Und, Alter. Einfach abgeräumtes Ding. Skeleton. In Minecraft. Oh, Gott. Was wird da das Real Life sein? Okay, Junge. Der zielt. Oh, okay. Ein Schussgefecht zwischen Mensch und Skeleton. Alles klärchen. Oh, Junge. Okay. Easy going. Und in Real Life. Okay. Warum, gell? Was? Da spielt jetzt einfach ein Skelett gegen... Ah, okay. Gut. Schafe in Minecraft. Okay. Was haben wir da? Einfach ein Schäfchen. Easy going. Real Life. Oh, nein. Oh, die sehen ja voll putzig aus, ey. Die sehen einfach aus wie richtig weiße, kleine Fellknäule. Boote oder Boating. Boot fahren. Junge, das ist richtig heftig. Einfach ein schönes Bötchen fahren in Minecraft. Was gibt's Schöneres? Genau. Real Life. Okay. Äh, was? Niemals. Was? Die spielen einfach Boot in Real Life. Oh, Mann, Alter. Oh, Karate in Minecraft. Oh, Gott. Okay. Karate in Minecraft. Ah, Kiii. Ja. Da hat er einfach das Brett durchschlagen. Nicht übel. Real Life. Okay. Nein. Ah, das ist aber schon vorgeschnitten. Das sieht man schon. Niemals. Niemals. Oh, na, 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 na. Oh. Jo, natürlich. Das war so angeschnitten schon. Eis. In Minecraft. Okay. Junge, der ist. Wie ist der nur da hingekommen? Das ist Avatar-Argen einfach. So ist der auch damals eingefroren. Der Herr der Elemente. Oh, mein Gott. Einfach Dings. Russland. Oh, Gott. Mal schauen. Oh, nein. Wie die Autos hier eingefroren sind. Krank. Crafting Table. Aber warte mal. Das hat eigentlich gerade gar keinen Sinn ergeben. Das eine waren Menschen im Eisblock. Und das andere war einfach Autos. Naja, egal. War in Russland. Deswegen ist es okay. So. Okay. Jetzt macht er hier ganz gemütlich ein paar Schüsseln. Und macht sich eine nice Suppe. Warte mal. Was schauen wir uns da überhaupt gerade an? Ach, Crafting Table. Okay. Crafting Table war das. Okay. Und der. Das ist der Crafting Table in real life. Hä? Eigentlich ist es ja eine Tonmaschine. Oh nein. Fliegt es dem kaputt? Nein. 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 Hey, mir fällt gerade auf. Ich glaube Lars und ich könnten mal eine Töpfer Challenge machen. Falls ihr mal eine Töpfer Challenge von Lars und mir sehen wollt. Gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video. Hasen. In Minecraft. Okay. Was haben wir da? Ganz gechillt. Zwei Hasen. Mit ein paar Krötchen. Oh Junge. Junge. Diese Rabbids sind am Start. Und jetzt haben sie eine Familie. Oh. Eine Hasenfamilie. Und jetzt real life. Oh Junge. Hasen sind so süß. Junge sind die süß. Oh mein Gott. Guck dir das an wie er kaut. Oh wie ein kleiner Schönling. Oh mein Gott. Faden. In Minecraft. Okay. Junge. Niemals. Der balanciert jetzt rüber oder was? Alter was ein OG. Nein. Au. Oh ich will das real life dazu nicht sehen. Oh okay. Das ist so Seilfahren so. Cool. Das möchte ich auch gerne mal wieder machen. Ich glaube ich habe das bisher einmal gemacht. Oh mein Gott. Aber noch nie so lang. Waslißkopf übereinfach. Oh mein Gott. Das war ja voll knapp gerade. Uiuiui. Okay. Bullen. In Minecraft. Okay. Was haben wir da? Haha. Reitet einfach auf der Kugel. Ganz klassisch. Einfach mal eine Kuh reiten. So macht das Leben noch Spaß. Als Minecraft Spieler. Real life. Oh nein. Nein. Oh Junge. Oh Junge ist das gefährlich. Junge. Junge. Dass der da nicht runter fliegt. Junge. Das sind echte Cowboys. Das sind echte Cowboys. Oh mein Gott. Der ist runter gefallen. Und jetzt will er ihn holen. Oh. Oh 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 oh. Alter Junge. Alter. Haie. In Minecraft. Alter. Das sind im Bullen. War gerade richtig krass. Okay. Ein Hai in Minecraft. Mit einem Mod hinzugefügt. Ist er einer der gefährlichsten Jäger. In Minecraft. Yo. Was? Das ist das Real life? Ah ja. Das ist nicht so ganz. Oh nein. Ertrunkene in Minecraft. Okay. Okay. Ganz gemütlich. Oh nein. Okay. Er wird angegriffen. Und jetzt schwimmt er um ihn herum. Alter. Hat er ihn einfach geholt. Was ist jetzt das Äquivalent dazu in Real life? Hä? Oh mein Gott. Das Auto sinkt. Nein. Menschen die ertrinken. Ha. Was? Das war das Äquivalent dazu? Ein Auto wo es ertrinkt? Oh nein. Das ist so traurig. Egal. Alles gut. Glas. Ganz stinknormales Glas. Und er baut es einfach ab. Und das war's. Ich will nicht wissen was da jetzt kaputt geht. Oh mein Gott. Machen die das Glas kaputt? Ja. Oh. Okay. Klassisches Real life. Diamanten. Oh Junge. In Minecraft. So macht das Spaß. Sich einfach mal einen schönen Diamanten gönnen. Einfach mal einen Rahmen eingehängt. Und das Schwein das guckt schon ganz gierig. So. Jetzt kommt's real life. Was haben wir da? Einfach rasen. Niemals. Er hat einfach im rasen einen Diamond gefunden. Junge. Was Glückspitz. Ohne irgendwas zu machen. So ein Plastik Diamond. Nee. Es könnte sogar einer aus Glas sein. Aber es sieht schon schön aus. Die Diamants. Oh. Oh. Die Kontrolle verloren. In Minecraft. Oh. Okay. Er hat die Kontrolle. Er wird das Pferd verloren. Real life. Oh mein Gott. Was macht der da? Junge. Das ist doch Kitesurfing. Gell. Oh nein. Bitte verliere nicht die Kontrolle. Kitesurfer. Juhu. Und er hat die Kontrolle verloren. Zombies. In Minecraft. Oh mein Gott. Zombies in real life. Das soll ich mal sehen. Okay. Da sind die Zombies in Minecraft. Man kennt sie langsam. Langsam. Aber sicher. Real life. Oh nein. Junge. Die drehen einfach eine Zombieszene. Wie krank ist das denn? Irgendwie sieht die Zombies in real life nicht so gefährlich. Schweine. In Minecraft. Schweine. Schweine. Wee. 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 Schweine. Okay. Und jetzt kommt die real life Schweine. Oh. Schweine. Das ist doch ein Wildschwein sogar. Schweine. Woo. Ich finde Schweine süß. Die sehen ganz cool aus. Der hat so einen langen Rüssel. Der kann den so richtig benutzen. Und einen Matsch so ein bisschen herum zu suhlen. Das ist cool. Das ist ein Schwein. So muss ein Schwein leben. Im Dreck. Das ist lässig. Das ist gut. So sieht ein glückliches Schwein aus. Okay. Ein Trolli. Also ein Gefährt sozusagen. Alles klar. Oh. Oh. Schafft er es hoch? Oh. Er schafft es doch hoch, oder? Okay. Alles klar. Real life. Mal gucken, ob hier auch eine Bahn oder so. Oh. Junge. Das ist einfach so eine Bahn in so einer Riesenstadt. Welche Stadt könnte das sein? Könnte vielleicht Manhattan sein. Aber oder vielleicht New York. Bälle. In Minecraft. Okay. Checken wir das aus. Schmeißt der einfach so Alpakas einfach ab. Oh. Und jetzt wird er bespuckt einfach. Real life. Okay. Was haben wir da? Oh. Junge. Was macht der da? Der macht einen Tornado-Kick gegen den Fußball. Haha. Trifft mich. Oh. Mann. Ich habe jetzt wirklich gedacht, er trifft. Mich. In Minecraft. Okay. Was haben wir da? Oh. Nein. Der arme Junge ist vergiftet. Da braucht er einen Schluck Milch. Oh. Das gönnt er sich. Das gönnt er sich. Oh. Jetzt geht es ihm wieder gut. Und das Schweinchen hinten ist auch glücklich. Jetzt real life. Oh mein Gott. Was? Alter. Der füttert einfach einen Seehund. Ist das nicht ein Seehund? Oder? Der ist richtig aufgeregt, der Mann, der das macht. Krank. Springen. In Minecraft. Okay. Und er springt einfach da runter. Abgefahren. Und das war's. Das war springen in Minecraft. Was ist dann das real life dazu? Oh mein Gott. Er springt. Hinter ihm ist ein Turm. Junge. Diese Stabhochspringer, die sind richtig krank. Die können richtig gut springen. Fireworks. In Minecraft. Okay. Jetzt geht es richtig ab. Jetzt kommt erstmal die heftigsten Feuerwerke überhaupt. Was kommt raus? Gelbes Feuerwerk hat er sich gegönnt. Real life. Okay. Niemals. Okay, 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 okay. Oh, Junge. Wow. Was? Alter. Das war, glaube ich, ein chinesisches Feuerwerk. Ich glaube, das ist bei denen sogar Tradition bei den Chinesen. Kann das sein? Ich weiß nicht. Falls jemand von euch Chinese ist, kann das mir gerne runter unten in die Kommentare schreiben. Aber ich habe das mal gehört, dass diese Feuerwerke ganz beliebt sind bei den Chinesen. Meine werten Damen und Herren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben und zündet nicht zu viele Feuerwerke. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Minecraft vs. Real Life. Bis dann! Bis dann! Bis dann!